Dad, was ist hier los? Ist das Miracle-Guy? Das ist nur eine Trainingseinheit oder sowas in der Art. Da kommt irgendwas. Wenn ich dich nicht besser kennen würde, würde ich sagen, du klingst besorgt. Das war der Tag, an dem unsere Helden fielen. Wir brauchen ihre Zugangskarten. Sofort. Hier kommt nichts rein. Und es kommt auch nichts raus. Wofür sind die? Um euren Po zu schützen, wenn ihr auf den Boden fallt. Sie hat Heidkraft! Allein sind wir was Besonderes. Zusammen sind wir unschlagbar. Wenn ihr uns braucht, sind wir da. Kurz vor kurz vor kurz vor kurz vor kurzemhl